Grüß Gott! Ich bin Pater Augustinus von St. Otidien. Ich begrüße dich von nah und fern ganz herzlich zur Meditation. Ich freue mich, dass du dabei bist. 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 Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir. Gott, du 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 in dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.